Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Prüfungstrainer24.de. Solltest du Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement sein, dann habe ich hier eine sehr gute Aufgabe für dich. Ich zeige dir jetzt nämlich, wie du Buchungssätze bilden musst, wenn du es mit Belegen zu tun hast. Also Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Kontoauszüge, habe ich alles hier für dich fertig gemacht. Solltest du dich fragen, wozu brauchst du das? Nun spätestens in der Abschlussprüfung musst du wissen, wie du mit Belegen buchst. Also habe ich sieben kurze Videos für dich fertig gemacht, indem ich versucht habe, so ziemlich alles reinzupacken, was man wissen muss, wenn man mit Belegen bucht. Wir beginnen hier im ersten Video mit den Basics, mit ganz einfachen Sachen, ein paar Eingangsrechnungen. Und bevor es losgeht, empfehle ich dir, dass du diese Aufgabenstellung bei mir auf der Seite Prüfungstrainer24.de herunterlädst. Ich habe dir den entsprechenden Link unterhalb des Videos eingestellt. Okay, dann wollen wir beginnen. Wir machen das hier zusammen. Ich zeige euch erstmal, wie ihr am besten so eine Aufgabe angeht. Als erstes schaut ihr immer in die Unternehmensbeschreibung. Schaut ihr nach, wer ihr eigentlich in dieser Aufgabe seid. Für wen macht ihr die Buchhaltung? Also ihr seid hier Mitarbeiter bei der Möbli Lux GmbH. Also müsst ihr für dieses Unternehmen aus Sicht dieses Unternehmens buchen. Und hier habt ihr eine Beschreibung des Unternehmens. Die müsst ihr auch immer beachten. Ihr müsst nämlich immer wissen, was da gerade gekauft oder verkauft wurde. Und das findet ihr eben in der Beschreibung des Unternehmens. Dann habe ich euch noch einen Kontenplan der Möbli Lux GmbH zum Download bereitgestellt. Der sieht so aus. Es ist im Prinzip ein Verzeichnis derjenigen Konten, auf denen die Möbli Lux GmbH bucht. Könnt ihr euch auch runterladen. Braucht ihr dann auch in der Abschlussprüfung so ein Ding. Ihr müsst wissen, wie man mit so einem Kontenplan umgeht. Okay, dann kann es losgehen mit dem Beleg für Buchung Nummer 1. Was steht über dem Beleg? MP Möbelpflege Großhandels GmbH. Dann seht ihr hier unten rechts den Begriff Rechnung. Und der Name unserer Firma Möbli Lux GmbH erscheint hier im Anschriftenfeld. Und bevor wir den Buchungssatz zusammenbilden, zeige ich euch kurz, was auf den T-Konten passiert. Ihr müsst euch erst überlegen, welche Konten brauche ich überhaupt, um so eine Rechnung wie hier zu buchen. Nun, als erstes könnt ihr hier in die Bezeichnung schauen. Was haben wir eigentlich gekauft? Da steht Möbelpolitur, shiny Glanz. Was ist Möbelpolitur aus Sicht dieses Unternehmens? Dazu schauen wir in die Unternehmensbeschreibung rein. Möbelpolitur könnt ihr hier sehen. Handelsware. Da steht nämlich bei Handelsware hier Bettwäsche und Möbelpolituren. Darüber steht Erzeugnisse, Tische, Schränke, Stühle etc. Wir haben hier also Handelsware. Und was haben wir gemacht? Wir haben Handelsware gekauft. Denn die Möbelpflege Großhandels GmbH, die MP hier, hat uns diese Ware verkauft. Da wir hier im Anschriftenfeld stehen, haben wir diese Rechnung von denen bekommen. Also könnten wir vielleicht sagen, ausformuliert wäre dieser Geschäftsverfall bisher Kauf von Waren. Also brauchen wir das entsprechende Konto dafür. Wenn wir in die Kontenübersicht mal schauen, in den Kontenplan. Und da habe ich euch schon gelb markiert, hier rechts oben, 6080 Aufwendungen für Handelswaren. Bitte macht nicht den Fehler, das Ganze auf Waren bzw. Handelswaren zu buchen, auf dem Aktivkonto. Denn Büromanagementler, die buchen immer direkt auf dem Aufwandskonto, wenn die Waren kaufen. Also nehmen wir das Konto hier. Damit ist es aber noch nicht getan mit Aufwendungen für Waren. Wir haben hier noch das Konto Vorsteuer. Denn hier die 304 Euro haben wir ja zusammen jetzt hier mit der Rechnung, müssen wir das ja irgendwo auch verbuchen. Wir haben eine Eingangsrechnung, wir haben was verkauft. Also ist die Umsatzsteuer eine Vorsteuer aus unserer Sicht. Wir müssen auf dem Konto Vorsteuer buchen. Und dann fragen wir uns, wie haben wir denn bezahlt? Haben wir sofort bezahlt durch Überweisung oder haben wir bar bezahlt? Nun, wie ihr sehen könnt, haben wir hier unten Zahlungsbedingungen. Zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzüge. Es ist eine Rechnung. Das heißt, wir haben hier noch gar nicht bezahlt, sondern die Zahlung muss erst noch erfolgen. Folglich ist das ein Kauf auf Ziel. Und wir brauchen das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. So, und ihr merkt euch jetzt bitte an der Stelle, selbst wenn hier unten nichts gestanden hätte. Ich kann das mal wegnehmen. Selbst dann hättet ihr das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen genommen. Eine Eingangsrechnung, dann nehmt ihr bitte immer Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Sicher ist an dieser Stelle jetzt die Frage angebracht, was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn hier folgendes unter dem, also wenn hier folgendes auf der Rechnung stehen würde, noch mit einer Unterschrift von einem Mitarbeiter der MP Möbelflege, dann könnten wir das als Barbeleg auslegen und ich würde an Kasse buchen. Vorausgesetzt, dass nicht irgendwo noch ein Zweitbeleg für die Kassenbuchführung extra erstellt wurde, so eine Quittung beispielsweise oder ein Kassenbon, Kassenzettel. Wenn nur die Rechnung mit Betragbar erhalten, so quasi euch vorliegt, könnt ihr das an Kasse buchen. Aber, und jetzt kann ich euch beruhigen, das ist, soweit ich weiß, noch nie in der Abschlussprüfung so gefragt worden, weil es ein trivialer Fall ist, weil wir auf dieser Unternehmensschiene, auf dieser Unternehmensebene einfach diese Bargeschäfte mit den Rechnungen einfach rauslassen. Es ist also nicht so, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Laptop irgendwo kaufen gebt, in einen Elektromarkt, da kriegt ihr eine Rechnung und bezahlt sofort Bar, meinetwegen, dann könnt ihr so einen Beleg erwarten, aber nicht in der Abschlussprüfung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das mit euch machen. Bis jetzt kam es noch nie vor. Bis jetzt war eine Eingangsrechnung immer 100% auf Ziel und immer an Verbindlichkeiten. Was ist, wenn Folgendes steht? Jetzt nicht betragbar erhalten, sondern Folgendes. Dann neigen wir im Anfängerbereich dazu, immer das Ganze an Bank zu buchen, aber in der Realität gibt es immer die sogenannte offene Postenbuchhaltung. Das bedeutet, dass später irgendwann ein Kontoauszug für die Banküberweisung E entsteht und dann werden wir erst auf das Konto Bank buchen. Das heißt, in der Realität würden wir sogar diesen Beleg zuerst, so wie ihr ihn hier seht, zuerst an das Verbindlichkeitskonto buchen und dann später, den später entstandenen Kontoauszug, würden wir dann eben an Bank buchen. Aber so im Anfängerbereich zeigt man euch, um das ein bisschen euch auch zu erklären, dann wird unterstellt, dass hier jetzt sofort auch auf das Konto Bank gebucht wird. Also in den ersten Kapiteln eurer Lehrbücher würdet ihr so eine Rechnung jetzt tatsächlich buchen, Aufwendungen für Waren, Vorsteuer an Bank. In der Realität aber nicht, nur als Randinformation. Und jetzt nehme ich ein bisschen auch hier die Kompliziertheit wieder raus. Ich versichere euch, dass mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sowas auch nicht in der Abschlussprüfung gefragt wird. Ihr könnt wirklich davon ausgehen, dass ihr den Fall habt, dass eben eine Eingangsrechnung 100% auf Ziel, also an Verbindlichkeit gebucht werden wird. So, und dann fragen wir uns, wo das Ganze nun verbucht wird, auf welcher Seite. Aufwendungen für Waren ist ein Aufwandskonto. Aufwandskonten, wenn uns die Aufwendungen entstehen, wenn wir eine Mehrung der Aufwendungen haben, verbuchen wir auf der Sollseite. Und zwar mit dem Nettobetrag. Also muss ich mir hier die 1600 Euro schnappen und die kommen auf die Sollseite von Aufwendungen für Waren. Dann die Vorsteuer mit den 304 Euro. Das ist ein Aktivkonto. Aktivkonten werden im Soll gemäht. Und wir haben mehr Vorsteuer durch diese Geschichte. Wir haben eine Mehrung der Vorsteuer. Die kommen hier also auf die Sollseite. Und die Verbindlichkeit als Passivkonto wird ebenfalls gemäht. Und als Passivkonto passiert das eben auf der Haben-Seite mit dem Bruttobetrag 1904 Euro. Und wir bilden den Buchungssatz gemäß der Regel. Ich nenne immer zuerst die Sollbuchung als erstes. Also die Namen der Konten, wo die Sollbuchung steht als erstes. Dann das Wörtchen an. Und dann den Namen der Konten, wo die Geldbeträge auf der Haben-Seite stehen. Also Buchungssatz lautet Aufwendungen für Waren vor Steuer an Verbindlichkeiten. Und ich habe hier die entsprechenden Kontonummern gleich davor gesetzt. Denn ihr werdet gleich sehen, in der Abschlussprüfung müsst ihr in so einem bestimmten vorgesehenen kleinen T-Konten immer nur die Kontonummer einsetzen. Nicht den ganzen Namen des entsprechenden Kontos. Hier, das sind so diese kleinen Kästchen. Zeige ich euch mal. Dazu hole ich mir mal den Buchungssatz her. Und ihr würdet da jetzt nur eben die Nummern eintragen. Hier würdet ihr jetzt hier auf der linken Seite, auf der Soll-Seite, eben die Namen, die Nummern der Konten eintragen, die da auch reingehören. Einmal die 6080 für die Aufwendungen für Waren. Dann die 2600 für die Vorsteuer. Und dann auf der Haben-Seite natürlich die Kontonummer von den Verbindlichkeiten. Okay, so müsst ihr das, so ähnlich ist das auch in der Abschlussprüfung. So müsst ihr das dann halt eben machen. Jetzt gibt es aber noch eine kleine Anmerkung, die ich zu machen habe. Und zwar betrifft das eben dieses Buchen an Verbindlichkeiten 4400, so wie wir das am Anfang gelernt haben. Ich hoffe, es überfordert euch jetzt nicht, wenn ich euch sage, wir buchen diese Rechnung nicht an das Konto 4400. Warum zeige ich euch anhand des Kontenplans? Denn wenn ihr euch den anschaut, werdet ihr sehen, dass das Konto 4400 für die Verbindlichkeiten nicht vorgesehen ist. Wir haben hier nur ähnliche Konten, die mit 4400 beginnen und mit 4400 enden. Das sind die sogenannten Personenkonten, die Kreditoren, die wir für unsere Lieferanten und sonstigen Dienstleister reserviert haben. Und da seht ihr jetzt hier auf der Höhe 4407, die MP Möbelpflege Großhandels GmbH, ein sogenannter Kreditor, einer unserer Lieferanten, für denen wir extra diese spezielle Verbindlichkeitsnummer 4407 reserviert haben. Also eigentlich würden wir an Verbindlichkeiten buchen, es ist auch eine Verbindlichkeit, aber wir buchen es auf die spezielle Verbindlichkeitsnummer 4407. Also statt 4400 mache ich hier die 4407 rein. Extra Verbindlichkeit, die nur vorgesehen ist für die MP Möbelpflege Großhandels GmbH. Okay, wir machen weiter mit dem zweiten Beleg. Es geht jetzt etwas schneller. Wir haben hier wieder eine Eingangsrechnung. Die Köhler Industriemaschinen GmbH hat uns eine Universal-Drehmaschine verkauft. Wir sind wieder im Anschriftenfeld, bedeutet wir sind wieder Empfänger der Rechnung. Und das heißt, es ist eine Eingangsrechnung. Wir buchen also wieder an Verbindlichkeiten, genauso wie oben. Doch wir haben keine Ware gekauft, sondern eine Maschine. Wir gucken in unseren Kontenplan. Dort gehen wir bitte zu den Nullerkonten, wo die Anlagegüter stehen. Und dann seht ihr hier bei 0700 die technischen Anlagen und Maschinen. Also genau wie Beleg 1 mit den Aufwendungen für Ware, nur dass wir jetzt technische Anlagen und Maschinen nehmen mit der Kontonummer 0700. Also Maschinen wurden gemäht. Wir haben mehr Maschinen als vorher durch diesen Kauf. Und TA und Maschinen wird im Soll gemäht. Wir nehmen die Kontonummer und tragen sie auf der Sollseite ein. Genau wie wir das oben gemacht haben für Aufwendungen für Waren auf der Sollseite eben. Maschinen ist ein Aktivkonto. Und Aktivkonten mehren sich auf der Sollseite. Wir haben mehr Maschinen als vorher. Und dann haben wir aber auch hier eine Vorsteuer. Denn im Einkauf haben wir natürlich Vorsteuer, selbst wenn hier unten Umsatzsteuer steht. 14.250 Euro. Genauso wie oben auf der Sollseite. Vorsteuer ist ein Aktivkonto, wird im Soll gemäht. 14.250 Euro. Kontonummer 14250. Mann, nein, auch das ist Quatsch. Die Kontonummer 2600 2600 laut Kontenplan für Vorsteuer. Nicht jetzt hier den Geldbetrag. Völliger Blödsinn. Ja, genau das gleiche wie im ersten Beleg oben. Wir haben noch keine Waren gekauft, sondern eine Maschine. TA und Maschinen haben wir genommen. Die Kontonummer dafür ist eine Mehrung im Soll des Kontos Maschine. Wir haben mehr Maschinen als vorher. Und für die Vorsteuer gilt dasselbe, was ich oben gesagt habe. Und das würden wir dann auch normalerweise an 4400 Verbindlichkeiten buchen. Aber wir haben ja gerade eben erst gelernt, dass wir in den Kontenplan gehen müssen und schauen müssen, was denn das spezielle Verbindlichkeitskonto, dieses sogenannte Personenkonto oder Kreditorenkonto, für die Köhler Industriemaschinen GmbH ist. Wir gehen also wieder in den Kontenplan. Und dann seht ihr hier bei 4406 die Köhler Industriemaschinen GmbH mit 4406. Wir nehmen also nicht 4400 an Verbindlichkeiten, was wir normalerweise tun würden, sondern an 4406 das spezielle Verbindlichkeitskonto für die Köhler. Okay, wir machen weiter mit Belegbuchung Nummer 3. GLS Maschinenwerke AG. Es ist wieder eine Eingangsrechnung. Wir stehen im Anschriftenfeld. Die GLS Maschinenwerke AG hat diese Rechnung erstellt und an uns versendet. Wir sind also Empfänger der Rechnung. Es ist eine Eingangsrechnung. Eingangsrechnung buchen wir immer auf Ziel als Verbindlichkeit. Wir schauen uns an, was haben wir gekauft. Wieder eine Maschine, CNC-Fräsmaschine. Wir brauchen wieder das Konto 0700. Dieses wird im Soll gemäht, denn technische Anlagen und Maschinen ist ein Aktivkonto. Und wenn wir mehr Maschinen haben, buchen wir das auf der Soll-Seite dieses Aktivkontos. Also nehmen wir hier wieder die 0700. Dann haben wir eingekauft. Folglich ist die Mehrwertsteuer hier als Vorsteuer zu betrachten. Wir nehmen wieder das Konto Vorsteuer im Soll. Vorsteuer wird im Soll gemäht. 2600. Dann würden wir wie immer an Verbindlichkeiten buchen. 4400. Aber Vorsicht, wir schauen uns an, was ist das Personenkonto bzw. Kreditorenkonto für die GLS Maschinenwerke AG. Dazu gehen wir wieder in unseren Kontenplan. Und dann beginnt die Tragödie. Ihr sucht verzweifelt nach diesem Unternehmen. Mit voller, purer Absicht habe ich dieses Unternehmen hier nicht eingetragen. Damit ihr euch natürlich fragt, was mache ich denn in so einem Fall, was durchaus auch in der Abschlussprüfung so passieren kann. Ihr habt kein Personenkonto, weil ihr noch keins eingerichtet habt, weil dieses Unternehmen beispielsweise noch nie etwas an uns verkauft hat. In der Praxis würden wir jetzt wahrscheinlich ein Personenkonto anlegen. Wir würden hier beispielsweise die 4414 unter der Wolkenhimmel GmbH extra für dieses Unternehmen anlegen. Aber in der Abschlussprüfung geht man davon aus, dass wir das eben nicht tun. Wir legen kein neues Personenkonto an, sondern wir buchen in diesem Fall immer an die 4499 sonstige Lieferanten und Kreditoren. In der Praxis geht beides. Wenn ihr denkt, na, mit der GLS werden wir noch viele Geschäfte haben, für die richte ich mal ein neues Konto ein, damit dann extra dort immer hingebucht wird, dann würdet ihr ein neues Konto einrichten. Aber wenn ihr denkt, das ist so eine Eintagsfliege, kommt nie wieder, dann würdet ihr wahrscheinlich auch in der Praxis an 4499 buchen. Wir buchen hier so wie eine Abschlussprüfung an dieses Konto sonstige Lieferanten. Ausformuliert wäre der Geschäftsvorfall dann der Buchungssatz technische Anlagen und Maschinen und Vorsteuer an dieses spezielle Verbindlichkeitskonto sonstige Lieferanten 4499. Wir machen weiter mit dem nächsten Beleg. Es ist wieder eine Eingangsrechnung. Ihr seht, es ist eine Rechnung. Das sehen wir hier. Warum geht sie ein? Weil wir die Rechnung bekommen haben. Wir stehen im Anschriftenfeld. Die KIW Krause Internetwerbung GmbH hat uns etwas in Rechnung gestellt. Und zwar offenbar, wie ihr hier sehen könnt, eine Werbeaktion. Wir haben also Werbung eingekauft. Eingangsrechnungen buchen wir immer auf Ziel. Also an Verbindlichkeiten würde ich dann wieder 4400 hier eintragen. Ich schaue aber jetzt natürlich immer auf den Kontenplan. Wir haben ja gelernt, dass wir das jetzt hier so machen. Ihr sucht wieder nach der KIW Krause. Und wenn ihr sie finden würdet, würdet ihr die entsprechende Nummer nehmen. Ihr findet sie aber nicht. Habe ich wieder mit purer Absicht gemacht. Damit ihr wieder auf das Konto 4499 bucht. Wir gehen also hin und buchen an 4499. Okay, dann machen wir weiter mit dem letzten Beleg. Es ist diesmal was anderes. Ein Kontoauszug, ein Bankauszug. Und wir haben hier insgesamt 4 Buchungen vorzunehmen. Denn es sind 4 Geschäftsvorfälle hier auf diesem einen Kontoauszug zu sehen. Und zwar sind das jeweils die Überweisungen, die wir an die 4 Lieferanten oben jetzt ausführen. Das erste könnt ihr ja sehen. Ich kann mal ein bisschen reinzoomen. Da seht ihr MP Möbelpflege, Großhandels GmbH für die Rechnung 2814. Das ist die Rechnung ganz oben, also Beleg Nummer 1. Was passiert hier? Wir überweisen jetzt die 1.904 Euro. Wie gehen wir dann die Geschichte ran? Wir brauchen jetzt einmal das Konto Bank. Ja, denn immer wenn ihr etwas überweist, braucht ihr natürlich das Konto Bank. Ganz klar. Was passiert mit unserem Bankkonto? Bank wird gemindert. Denn wir überweisen ja Geld. Bank wird gemindert. Als Aktivkonto bedeutet das, wir tragen das auf der Haben-Seite ein. Die Bank wird im Haben gemindert. Also muss jetzt hier die Kontonummer für Bank rein. Dazu gehe ich in den Kontenplan und finde dann hier unten bei 2800, seht ihr hier, KFI Bank. Kann ich gerne mal reinzoomen. 2800, die KFI Bank AG, unsere Bank. Also Minderung der Bank im Haben 2800 kommt hier rein. Was kommt in Soll? Nun, wir begleichen durch die Überweisung eine Verbindlichkeit. Die Verbindlichkeit in Höhe von 1.904 Euro wird gemindert. Verbindlichkeit ist ein Passivkonto. Minderungen von Verbindlichkeiten erfolgen auf der Soll-Seite. Verbuchen wir auf der Soll-Seite. Verbindlichkeit, wissen wir ja, ist das Konto 4400. Doch bitte nicht zu schnell jetzt hier die 4400 eintragen. Denn wir haben, wie ihr euch sicher erinnern könnt, auf das spezielle Verbindlichkeitskonto gebucht, das für die MP-Möbelpflege reserviert war. Können wir nochmal im Konto, im Kontenplan hinten nochmal reinschauen. Da habt ihr hier die MP-Möbelpflege bei der 4407. Also wir buchen nicht Verbindlichkeiten an Bank mit 4400 an Bank, sondern mit 4407 an Bank. Denn dieses spezielle Verbindlichkeitskonto wird hier ausgeglichen. Entsprechend kommt hier jetzt auf die Soll-Seite 4407. Wir machen weiter mit der nächsten Überweisung. Sechstens, Köhler Industriemaschinen GmbH für Rechnungsnummer 23352. Das ist der zweite Beleg gewesen. Können wir gerne nochmal hoch. Das war hier der Kauf der Maschine von der Köhler. Das waren 89.250 Euro. Diese werden jetzt überwiesen. Wir brauchen wieder das Konto Bank. Wir werden ärmer, da wir ja Geld überweisen. 89.250 Euro gehen von der Bank ab. Bank ist ein Passivkonto, wird im Haben gemindert. Also hier wieder die 2800 auf der rechten Seite. Und dann soll die 4406, das spezielle Verbindlichkeitskonto, das Personenkonto, das wir reserviert haben für diese Köhler Industriemaschinen GmbH. Eigentlich also Verbindlichkeit an Bank, aber hier spezielles Verbindlichkeitskonto für die Köhler an Bank, wenn ihr so wollt. Nächster Buchungssatz, GLS Maschinenwerke AG. Wir überweisen jetzt an die GLS Maschinenwerke. Wir brauchen wieder an Bank, also wieder an 2800. Aber wir nehmen jetzt hier im Soll die 4,499. Ihr erinnert euch, eben dieses Verbindlichkeitskonto, das wir nehmen, wenn wir jetzt das Unternehmen hier nicht haben in unserer Liste. Also 4,499 an Bank. Kommen wir zur letzten Buchung. Die KIW Krause Internetwerbung, das war die letzte Rechnung. Die überweisen wir jetzt auch hier. Unsere Bank wird wieder weniger. Haben natürlich als Aktivkonto. Wir buchen wieder an 2800. Und da wir das spezielle Verbindlichkeitskonto 4,499 auch für diese Firma gewählt haben, buchen wir auch hier wieder 4,499 an 2800. Okay, wir sind fertig mit diesem ersten von sieben Videos, wo ich euch zeige, wie insgesamt mit Belegen zu buchen ist in der Abschlussprüfung. Bitte schreibt mir in die Kommentarsektion unten rein, ob ihr der Meinung seid, das war zu schwer, zu leicht, zu langsam, zu schnell. Denn ich weiß, für einige ist das ganz kompliziert, für einige vielleicht nicht so. Ich würde gerne irgendwo so einen gesunden Mittelweg finden, da ich plane, in Zukunft sehr viel mehr von solchen Aufgaben für euch reinzustellen. So, damit ihr richtig gut buchen könnt in der Abschlussprüfung. Denn ihr wisst ja, die Realität sieht so aus, dass ihr immer irgendwelche Belege am Ende habt, die ihr buchen müsst und nicht diese ausformulierten Geschäftsaufälle. Okay, den Link für das zweite Video stelle ich euch direkt unten ein und auch die Links zu den anderen Videos, wenn sie denn fertig sind. So, dass ihr dann immer euch dann da hin und her bewegen könnt. Wenn euch das Video hier gefallen hat, vergesst nicht bitte den Daumen nach oben da zu lassen. Ich freue mich über jedes Abo. Viel Glück in der Prüfung. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.